Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Identity und Access Management. Und heute wechseln wir mal zu den Grundlagen des Access Management über. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich diese Serie erstmal noch theoretisch halte und später dann nachreiche, weil es einfach viel zu viel gibt. Es gibt zig Anbieter für Identity und Access Management. Es gibt zig Protokolle, es gibt zig tausend gefühlte Bibliotheken, die solche Sachen machen. Und deswegen ist mir hier erstmal, falls es in Kommentaren aufkam, oder in Nachrichten glaube ich, ist mir hier erstmal wichtig, dass ich euch die Grundlagen erkläre, auf was das Ganze eigentlich basiert. Und anschließend schauen wir uns gerne beliebig viel noch dazu an. Okay, also wir wechseln heute rüber zur Access Control und wollen einmal ganz kurz über die Access Control Matrix sprechen. Das ist die Grundlage, die so ein bisschen weitere Access Control überhaupt erst möglich macht. Und wir werden auch sehen, es wird von grundlegenden Sachen wie Hardware, Operating Systems, wird es immer komplexer und kann aber auch immer feingranulare eingestellt werden, hin zu Web-Anwendungen, wo man eigentlich sehr, sehr viel Kontrolle hat, weil man seiner Server-Applikationen Vertrauen schenken darf. Aber dazu kommen wir später noch. Wir wollen uns heute erstmal kurz mit der Access Control Matrix beschäftigen, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt, aus Betriebssystemen zum Beispiel. Denn die Access Control Matrix sieht so aus. Und ja, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Es gibt eine Reihe an Objekten, die in einer Menge OT drin liegen. Also sowas wie eine Datei 1, eine Datei 2, beliebig viele Dateien und Ordner selbstverständlich. Aber auch Prozesse gehören hier rein. Und diese Prozesse und noch weitere Nutzer gehören auch zu den Subjekten ST. Achtet hier immer auf dieses kleine T an der Seite oder im Index, denn das T gibt einen Zeitpunkt an. Eine Access Control Matrix kann sich in der Zeit natürlich ändern. Und die tatsächlichen Rechte zu einem gewissen Zeitpunkt T, die werden mir angezeigt mit M, also M Matrix, T zum Zeitpunkt T. Das heißt, so eine Access Control Matrix kann jederzeit sich ändern, kann jederzeit natürlich neue Prozesse, neue Benutzer bekommen, aber auch natürlich neue Dateien. Es wäre schade, wenn wir in einem System keine neuen Dateien erstellen könnten. Und formell dargestellt sieht das Ganze so aus. Wir haben normalerweise immer drei Rechte, R, W und X, und wir haben eine Owner-Eigenschaft. Das sind eigentlich so alle, die wir in einem klassischen System dann haben, beziehungsweise manchmal wird das natürlich auch noch aufgedröselt. Ihr kennt das vielleicht unter Linux oder unter Windows oder unter Mac. Eigentlich hat jedes System so etwas. Und wir vergeben hier quasi die Rechte. Das heißt, im Fall von dieser Access Control Matrix, die natürlich ein Beispiel ist, ist Alice im Besitz, also hat die Datei File1.txt erstellt. Das heißt, sie ist da Owner dazu und kann alles damit machen. Das heißt, sie kann anderen Leuten auch noch Rechte geben. Kommen wir gleich dazu. Sie hat aber auch die Rechte R, W und X, was so viel heißt, wie sie darf Datei 1 lesen, sie darf Datei 1 schreiben und sie darf Datei 1 ausführen, also execute, deswegen das X. Das heißt, sie hat hier alle drei Rechte, die sie eigentlich haben kann. So, Bob hat nur das Schreibrecht, äh, das Leserecht, was er wahrscheinlich von Alice bekommen hat und der Prozess 1 hat gar kein Recht. Während bei Datei 2 sieht es anders aus. Hier hat Alice gar keine Rechte und Prozess 1, ähm, hat alle Rechte. Das heißt, Prozess 1 hat wahrscheinlich diese Datei auch erstellt, darf sie lesen, schreiben und ausführen und hat Bob vielleicht hier die Rechte gegeben, zu lesen und auszuführen. Hier haben wir nur das Leserecht für Bob und das Lese- und das Schreibrecht für den Prozess 1. Hier haben wir nur Leserecht für Prozess 1, auf dem Prozess 2 übrigens, wobei das hier macht zum Beispiel wenig Sinn. Gut, wie gesagt, ist ein Beispiel. Normalerweise braucht der Prozess 1 auf sich selbst keine Lese- und Schreibrechte. Das wäre ein bisschen seltsam. Würde ich vermeiden, im besten Falle. Ähm, genau, und auf dem Prozess 2, also hier sieht man auch, da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe das im Nachhinein geändert, damit ich auch zeigen kann, dass hier Prozesse auch dazu gehören. Muss man mal drüber nachdenken, ob der Prozess 1 sich wirklich auch selber schreiben darf. Äh, das wäre ein bisschen seltsam. Genau, ähm, dann haben wir hier den Prozess 2, den darf der Prozess 1 lesen, ähm, Bob darf lesen und schreiben und Alice darf schreiben und ausführen. Also, so kann man im Endeffekt das Ganze hier zusammenfassen. Und, ja, das kann sich selbstverständlich auch ändern. Also, wenn Alice jetzt eine Datei erstellt oder wenn ein neues, ein neuer Nutzer erstellt wird oder, 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 dann habe ich natürlich da auch Änderungen dran. So, und eine so eine Datei kann dann zum Beispiel auch sein, und die kennt ihr vielleicht aus Linux, äh, eine Datei, die, ähm, neue Benutzer erstellt oder Passwörter von Benutzern ändert oder, oder, oder. Im Endeffekt ist alles durch so eine Access Control Matrix geregelt. Die kann auch tatsächlich Rollen abbilden, wenn man so möchte, über eine zusätzliche ausführbare Datei. Geht das dann natürlich deutlich einfacher. Aber, ja, grundsätzlich ist auch das möglich. Aber zu Rollen kommen wir noch. So, jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Ähm, ich kann einmal die Rechte speichern für meinen Benutzer, weil, also, die gesamte Matrix im Betriebssystem zu speichern, das ist sehr, sehr ineffizient und dauert sehr, sehr lange. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal hier die ganzen Datei, äh, die ganzen Rechte speichern als Capability List. Und das heißt, ich speichere mir sozusagen alle Möglichkeiten, die Alice hat, zu dem gehörigen, zugehörigen Prozess Alice im Endeffekt. Da muss ich dann aber natürlich eine komplette Liste an allen Prozessen und Dateien verwalten, die hier dazugehört. Hm. Ja, das ist dann natürlich sehr, sehr teuer, da irgendwie nachzugucken, ob jetzt, beziehungsweise wer alles auf eine Datei Zugriff hat. Das, ähm, wird tatsächlich selten gemacht, glaube ich. Also, Capability Lists habe ich bislang noch nicht so häufig gesehen in Systemen. Was viel häufiger ist, ist die sogenannte Access Control List. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Linux keine vollständige Access Control Matrix, sondern jede Datei speichert sich einfach alle Rechte bei sich. Das heißt, die Datei 1 hat dann eine Liste angehängt, wer alles darauf Zugriff hat. Also eine Liste aus allen Prozessen, die es gibt und deren Rechten bei sich, sozusagen. Das heißt, in Datei 1 oder in den Metadaten der Datei 1 steht dann quasi drin, dass Alice, ähm, Besitzer ist von dieser Datei und RWX-Rechte hat und dass Bob Rechte zum Lesen hat. Und, naja, wenn halt was nicht drin steht, dann wird das normalerweise auch gar nicht hinzugefügt. Das kann man natürlich auch anpassen, dass zum Beispiel, äh, durch, ähm, manche Prozesse das optimiert wird oder automatisiert wird. Aber, im Grunde genommen reicht mir diese Access Control List dazu aus, hier wirklich zu sagen, der darf die Datei lesen, der darf sie nicht lesen, der darf den Prozess bearbeiten, der halt nicht. Und, ja, das, das ist im Endeffekt schon eine vollständige Access Control, die wir hier bauen können und die auch so tatsächlich gebaut wird, die allerdings eingeschränkt ist. Schauen wir uns dann beim nächsten Beispiel an. Ähm, jetzt will ich aber noch ganz kurz mit euch die Operation durchgehen. und zwar, wir haben hier die Möglichkeit, die eben unsere Subjekte durchführen können. Das können die Dateien in dem Sinne eigentlich nur, wenn sie ausgeführt werden. Ähm, aber dann werden sie auch zu den Subjekten hier vorne. Und ein Subjekt kann natürlich ein anderes Subjekt oder ein anderes Objekt zerstören. Das hört sich krass an, meint im Endeffekt so viel wie, ähm, naja, Prozess 1 kann halt die Datei 1 löschen oder Prozess 1 kann Prozess 2 löschen oder, oder, oder. Ähm, das sieht man relativ häufig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt natürlich mein Windows hochfahre und dann den, ähm, Browser aufmache und anschließend den Browser schließe, ähm, dann hat im Endeffekt mein Prozess, äh, Explorer zum Beispiel den Browser geschlossen. Oder ich kann einfach ein Python-Skript schreiben, das mir einen anderen Prozess beendet. Oder natürlich auch ein Prozess erzeugt. Das wäre dann Create Subject. oder natürlich auch ein Objekt erzeugt. Das wäre zum Beispiel, wenn ich eine Datei erstelle. Das geht selbstverständlich auch. Gut. Ich kann mir natürlich auch Rechte geben oder anderen Rechte geben als, als Subjekt. Ähm, das wäre dann in dem Fall Enter Write. Da wären wir dann dabei, dass eben Bob von Alice hier auf Datei 1 zum Beispiel das Schreibrecht bekommt oder das Ausführrecht. Und wir haben die Möglichkeit natürlich auch diese Rechte wieder zu entziehen. Ja, wenn wir so viel wie Owner sind zum Beispiel. Und das ist es eigentlich auch schon. Und das macht eine Access Control Matrix. Ich würde euch allerdings trotzdem die Access Control Matrix nicht unbedingt empfehlen, weil sie sich wirklich sehr, sehr gut als Dateimodell oder Prozessmodell, ähm, ja, eignet. Aber ihr wahrscheinlich damit ein bisschen Probleme haben werdet, weil das sehr, sehr feingranular ist. Also ihr müsst bedenken, das muss alles verwaltet werden. Die ganze Zeit. Wenn man mal so eine Access Control Matrix hat, ist es ganz cool. Dann muss man sie nur noch, ähm, aktualisieren, wenn zum Beispiel neue Prozesse erstellt werden. Aber bis man so eine Access Control Matrix hat für mehrere Prozesse, für mehrere Benutzer, wow, das dauert sehr lange. Und da gibt es Prozesse, die sowas für euch automatisieren, die zum Beispiel sagen, okay, wir haben mehrere Rollen und da werden wir dann schon bei Role-Based Access Control. Das ist dann Thema vom nächsten Ding. Und dann kriegt eben jeder in einer Rolle die Rechte darauf. Aber im Grunde genommen lässt sich das auch hier mitmachen. Und es geht selbstverständlich auch noch weiter mit Attribute-Based Access Control, also Attribut-basierter Zugriffskontrolle. Und damit kann ich da natürlich auch noch ein bisschen feingranularer alles einstellen. Das ist immer so eine Frage von, wie genau muss es denn wirklich sein und wie genau brauche ich das Ganze. Ja. Und das war es von meiner Seite schon wieder. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann.